Alter! Was ist bei einem Bike schwerer? Luftfederung oder Stahlfederung? Stahlfederfederung? Also ich würde jetzt sagen, nein, Luft ist ja schwer eigentlich, aber Stahl ist eigentlich auch schwer. Ja! Ja! Jawohl! Jawohl! Ja! 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 Jawohl! Jawohl, sehr schön! Jawohl! Jawohl, sehr gut! Jawohl! Sehr gut! So! Sehr schön! Sehr gut, sehr gut! War geil! Ja, Mann! Scheiße! Nicht am Boden gucken! Gehen! Weiter! Kiki! 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 Warte! Du musst doch ein bisschen mitdenken! Ich werde dir nicht alles mir überlassen! Gut! Und jetzt ein... Jawohl! Sehr gut! So! Jawohl! 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 Weiter! Die Hebel... Die Hebel geben nach! Die Schaltung auch! Die ist nur neu! Alter, du hast jetzt so... Du hast jetzt ungefähr... Sieben, acht Mal geschummelt gerade! Drei! Zwei! Eins! Ja! Die sind verrückt! Die sind verrückt! Ja, hier war mal ein Weg! Das nächste Mal, wenn ich mit dir eine Tour fahre, wenn das wieder so eine aus der Haustür raus Tour wird, zieh ich eine lange Hose an! Tief gehen, tief gehen, tief gehen, tief gehen! Woah! Super! Ah! Dann musst du locker auf den Pedalen stehen, dann tun dir die Beine auch nicht weh. Oberschenkelhalsbruch. Du bist auch so ein Oberschenkelhalsbruch. Ich bin den komplett durchgefahren. Ich bin den komplett durchgefahren. Immer hingucken zum Kurvenausgang. Genau! Rechts! Nichts! Doch! Gut! Sehr gut! Super! Super! Ja! Alles richtig! Das war schon wieder meine Wurzel! Ich hab meine Wurzel gesehen! Super! 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 Ich hab Hunger, du musst jetzt nach Hause. Oh, jetzt geht die Alarme lang. Was ist der Alarm für mich? Doch, es geht! Ja, dann guck mal, Anna fährt Fahrrad. Juhu! Ich will nochmal! Mach mal! Koch! Hol mal! Wer wird doch commitments! Ach! Er ist wohl so sehr am Problem! Ach, du kannst, sich um, als Verrücken zu hoch zur Mittelle nicht mehr an. Was? 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 Tschuuu! 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 Das ist voll hier! Das ist voll das Gimbel gegen den Sack! Das war wieder so typisch! Jaaa! Hast du einen kleinen Frontflip mit dem Bike gemacht? Alter, ich hab's gemacht! Top! Jaaa! Jawoll! Sehr schön! Ne? Jawoll! Sehr schön! Ne? Ne? Perfekt! Jetzt roll er wieder zurück!